Echtes Drama bei Nord Nord Mord Schauspieler Oliver Wnook hat bei den Dreharbeiten eine heftige Verletzung erlitten. Wnook postet auf Instagram einen Beitrag, in dem er erzählt, was ihm widerfahren ist. Er wurde von seinem Schauspielkollegen gebissen. Auweia. Da dachte ich, ich spiele noch schnell eine Szene auf der Insel. Da fühlt sich mein Spielpartner, hier, ein kleiner Rauhaardackel, so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt. Die verletzte Lippe wurde genäht und Wnook geht es auch schon wieder besser. Passiert ist das Drama auf Sylt, dem Drehort von Nord Nord Mord.